Hallo Nation, Julian Brandt hat mit dieser Aussage alle überrascht, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Mittelfeldspieler Julian Brandt zitierte die Fehler des BVB im Spiel nach dem 2 zu 2 gegen Heidenheim und stellte fest, wir haben uns. Größtenteils selbst geschlagen Julian Brandt, auf Dason, wir haben größtenteils gegen uns selbst verloren, Heidenheim hat letzte Woche engagiert und eine ähnliche Leistung erbracht wie Bochum. Wir haben zwei Tore geschossen, beim ersten haben wir den Ball sicher und beim zweiten einen dummen Elfmeter. Fußball ist ein Spiel voller Fehler, Fehlpässe passieren immer, aber wir müssen lernen, den Ball zu schützen, wenn wir jagen und verteidigen. Solche Tore brechen einem das Genick. Wir gingen. Mit 2 zu 0 in die Pause und das klare Tor musste das Spiel entscheiden. Wir haben im Aufbauspiel schwere Fehler gemacht. Wir waren vor dem Tor schlampig und inkonsequent, nicht einmal vor unserem eigenen Tor. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Und das ist eine Umrüstung. Ich glaube, wir müssen die Linksbeam im hohen живeten. Untertitelung des ZDF, 2020